Verehrte Mitglieder der JLU, liebe Beschäftigte, liebe Studierende, ich wende mich heute am Ende einer ungewöhnlichen ersten Vorlesungswoche des Sommersemesters 2020 an Sie, eine ungewöhnliche erste Vorlesungswoche in einem ungewöhnlichen Semester, in einem ungewöhnlichen gesellschaftlichen Allgemeinzustand. Ich bin Ihnen zunächst im Namen des gesamten Präsidiums zu großem Dank verpflichtet, dass Sie den Einstieg in diese Vorlesungszeit ohne Präsenzlehre, vor allen Dingen auch mit digitalen Formaten möglich gemacht haben. Uns ist sehr bewusst, dass es nicht ohne Schwierigkeiten abgelaufen ist in den letzten Tagen. Wir hatten hier und da durchaus Funktionsausfälle, wir hatten hier und da längere Wartezeiten bei einzelnen Funktionen, wir hatten Überlastsituationen bei einzelnen digitalen Funktionen, wie Sie auch andere Hochschulen, wie wir wissen, hatten. Es war von vornherein klar, dass trotz bester Vorbereitung wir bei einem solchen ungewöhnlichen Semesterstart auch Schwierigkeiten haben würden. Bitte vertrauen Sie darauf, dass das Hochschulrechenzentrum, die Fachbereiche, wir in der Verwaltung alles dafür tun werden, damit die Rahmenbedingungen in den nächsten Wochen sich Stück für Stück noch weiter verbessern für diese Phase, in der wir weitgehend ohne Präsenzlehre und vor allen Dingen mit digitalen Formaten arbeiten müssen. Meine herzliche Bitte ist, dass wir im weiteren Verlauf der Vorlesungszeit trotz manchen Ärgers, trotz manchen Frusts bei den Beschäftigten, den Lehrenden und auch den Studierenden weiter rücksichtsvoll mit dieser schwierigen Situation umgehen. Wir haben, und das ist uns sehr bewusst, natürlich berechtigten Grund für Sorgen, für Ängste, für Ärger. Die Beschäftigten, deren Lebenspartnerinnen und Lebenspartner vielleicht Schwierigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld haben, vielleicht auf Kurzarbeit sind, vielleicht auch sogar vor existenziellen wirtschaftlichen Sorgen stehen. Wir haben die vielen Beschäftigten, die nach wie vor und auch weiterhin Kinderbetreuungsherausforderungen haben. Wir haben auf der anderen Seite bei den Studierenden natürlich viele, viele Einzelschicksale, bei denen die Nebeneinkünfte, das Standbein für die Finanzierung des Studiums weggefallen ist. Wir haben auch die berechtigte Sorge, ob diese ungewöhnliche Zeit nicht zu Nachteilen auch in der Bildungsbiografie der Studierenden führt. All das ist uns sehr bewusst und deswegen meine ganz herzliche Bitte, lassen Sie uns auch weiterhin über den Tag hinaus rücksichtsvoll miteinander umgehen. Die Lehrenden mit den Studierenden, die Studierende mit ihrer Universität. Wir haben eine weiterhin schwierige und herausfordernde Phase in den nächsten Wochen und Monaten vor uns. Uns wäre es am liebsten, wenn wir Ihnen hier und heute schon genau sagen könnten, wie die Vorlesungszeit, wie dieses Semester, wie die nächsten Monate sich genau gestalten werden. Sie wissen, das Pandemiegeschehen ist sehr dynamisch. Wir stehen mittendrin in dem Infektionsgeschehen und wir werden auch an der Universität, genauso wie die gesamte Gesellschaft, genauso wie die Politik auf Sicht fahren müssen. Auf Sicht fahren heißt, dass wir uns zunächst mal vorgenommen haben, die nächsten Wochen, diese erste Hälfte der Vorlesungszeit bis zum Pfingstwochenende, bis zum ersten Juni vollständig ohne Präsenzelemente zu gestalten. Wenn möglich, die digitalen Formate, die zur Verfügung stehen, zu nutzen und dann im Verlaufe des Mai zu sehen, wie das Pandemiegeschehen sich entwickelt, wie die behördlichen Anordnungen sich gestalten und dann zu entscheiden, wie wir in die zweite Hälfte der Vorlesungszeit ab dem zweiten Juni einsteigen werden. Ich bitte um Verständnis, dass wir angesichts der Unsicherheiten, die vor uns liegen, auf Sicht fahren, sie aber wirklich auch immer sehr eng getaktet darüber informieren, wie die jeweils nachfolgenden Wochen und Monate gestaltet werden. In meiner letzten Videobotschaft an Sie hatte ich darüber berichtet, dass wir uns gemeinsam mit den anderen Hochschulen, gemeinsam mit den Wissenschaftsorganisationen, gemeinsam auch mit den politischen Entscheidungsträgern dafür einsetzen, dass es Möglichkeiten gibt, die besonders großen Härten für Beschäftigte und Studierende abzufedern. Inzwischen sind hierzu erste politische Entscheidungen gefallen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich wissenschaftlich weiterqualifizieren auf befristeten Beschäftigungsverhältnissen, ist die Möglichkeit eröffnet worden, in begründeten Einzelfällen die Höchstdauer von sechs Jahren um sechs Monate zu verlängern, wenn aufgrund der Corona-Pandemie die eigenen Forschungsprojekte verzögert worden sind. Bei denjenigen Studierenden, die sich daran beteiligen, die Pandemiesituation zu bekämpfen und die BAföG beziehen, werden die Nebeneinkünfte aus den Tätigkeiten zur Bekämpfung der Pandemie nicht auf die BAföG-Bezüge angerechnet. Aber natürlich haben wir hier weitergehende Vorstellungen. Wir wollen natürlich erreichen, dass allen Studierenden, die ihre Nebeneinkünfte verloren haben, gerade die Studierenden, die keine BAföG-Bezüge haben, dass diesen Studierenden geholfen wird. Verehrte JLU-Mitglieder, es geht nicht nur darum, dass wir die Vorlesungszeit unter ungewöhnlichen Bedingungen bestmöglich in diesem Semester gestalten, sondern wir alle haben als Bürgerinnen und Bürger auch den Auftrag, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir hier in der Universitätsstadt Gießen, hier in unserer Gesellschaft vor Ort bestmöglich durch die Krise kommen. Und deswegen bin ich Ihnen allen sehr dankbar dafür, Beschäftigten wie Studierenden, dass Sie an allen Stellen ihren Beitrag dazu leisten, dass wir diese krisenhafte Situation als Bürgergesellschaft bestmöglich gestalten. Ich denke zum Beispiel an die Forschergruppen in der Infektionsforschung, in der Lungenforschung, in der Virologie, die an vorderster Forschungsfront im Moment dabei sind und viel beachtete Studien durchführen. Ich denke zum Beispiel an die Studierenden in der Humanmedizin, die im Universitätsklinikum Gießen und Marburg bei uns aushelfen. Ich denke an die Veterinärmediziner, die ihre Kapazitäten und Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich denke an unsere Chemikerinnen und Chemiker, die im großen Maßstab Desinfektionsmittel für das Universitätsklinikum herstellen. Ich denke an die Psychologen, die ihre Beratungskapazitäten ausgebaut haben, denn viele Familien unter den Bedingungen der Kontaktsperre haben Schwierigkeiten, haben besondere Herausforderungen, benötigen Beratung. Und ich denke auch zum Beispiel an das kulturwissenschaftliche Projekt Corona Archiv, denn es geht heute natürlich auch darum, die Grundlagen dafür zu legen, dass wir uns irgendwann in Zukunft bestmöglich zurückerinnern, zurückerinnern können an diese Zeit, die wir jetzt gerade durchleben. Irgendwann in einigen Jahren werden wir auf das Jahr 2020, werden wir vielleicht auf die Jahre 2020, 2021 als die Corona Jahre zurückblicken. Und das ist die beste Tradition der Gießener Erinnerungskulturforschung, jetzt schon die Grundlagen dafür zu legen, dass wir uns später gut erinnern können. Deswegen kann ich Sie alle nur dazu aufrufen, bei diesem Projekt mitzumachen und von Ihrem Alltag in der Krise bei diesem Projekt zu berichten. Sehr verehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Verlauf der Vorlesungszeit hier im Sommersemester 2020. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben und dass wir weiterhin hier in dieser Krise zusammenstehen. Vielen Dank.